Ich nehme dich ja nur mit. Ich nehme dich, du nimmst mich mit, aber ich habe mit diesem wirtschaftlichen Geschäft von ihm nicht so viel zu tun. Also ich gucke mir das so, was mein Sohn so macht. Also ich habe mehr so eine private Beziehung. Sie wollte eigentlich touristisch nur sozusagen die Sache miterleben und entdeckt dabei, dass der Alte, also ich, scheitern wird oder sagen wir mal in sehr große Schwierigkeiten kommt, weil es eben auch real ja sehr schwer ist, einen Film, wie wir ihn jetzt versuchen zu realisieren, hier in Litauen, wo wir ihn drehen. Aber wir wollen ja gar nicht den Inhalt des Filmes verraten, weil wenn dann die Leute den, also kann man schauen. Aber ich produziere, nachdem ich anfänglich hier Tellertassen, Untertassen produzieren wollte, produziere ich dann Klosettschüssel, Tiefspüler, weil sie hier eben, weil Flachspüler nicht so günstig sind, weil da die Großentwicklung ein bisschen zu stark ist und die Krustenbildung ist auch ein bisschen hinderlich. Das erzählt ihr mir jeden Abend. Ich will im Grunde genommen die gesamte russische Republik mit neuem Sanitärporzellan bestücken. Also die Hoffnung habe ich und dann will ich die erste Wahl auch in Deutschland und in Westeuropa auf den Markt bringen. Und das ist mir wohl am Ende des Films, das ist sozusagen der positive Ausblick, das gelingt mir dann wohl auch.